Die Bayern schlagen Schalke erwartungsgemäß mit 2 zu 0. Aber an der Stelle ganz wichtig, Respekt an die Leistung der Schalker. Das war heute definitiv nicht die Vorstellung eines klaren Absteigers. Die Spieler haben gekämpft bis zum Gehtnichtmehr, waren vor allem in der ersten Halbzeit gut gestaffelt in der Abwehr und haben auch das ein oder andere Mal den Weg nach vorne gesucht. Mit ein bisschen mehr Glück wäre sogar ein Tor drin gewesen. Wenn sie nach der WM Winterpause daran anknüpfen, bin ich mir sicher, wird Schalke vielleicht noch eine Chance haben, sich da unten irgendwie rauszukämpfen. Aber gut, bis dahin ist noch Zeit, warten wir erstmal ab, was sich vor allem während der Transferperiode tut. Da wurde ja auch einiges angekündigt. So, kommen wir zu den Bayern. Heute hat sich der Rekordmeister verglichen mit den Partien zuvor ein wenig schwer getan. Das lag aber natürlich auch daran, dass man nicht mehr gewillt war, ins große Risiko zu gehen, um sich vielleicht noch vor der WM zu verletzen. Dennoch konnte man einige wichtige Erkenntnisse ziehen. Schopo Moting trifft weiterhin zuverlässig und eine der wichtigsten Erkenntnisse im Hinblick auf die WM für uns, Gnabry ist in absoluter Topform. Nach zwischenzeitlichem Formtief liefert er aktuell Tore und Vorlagen wie am Fließband. Letzte Woche gegen Bremen der Hattrick. Davor drei Vorlagen gegen Barca. Heute das wichtige 1 zu 0. Kurz und knapp würde ich sagen, Gnabry ist back. Aber wenn es noch jemanden gibt, der mehr Lob verdient, dann Jamal Musiala. Der Junge gehört für mich in die Startelf der deutschen Nationalmannschaft. Ganz im Ernst. Seine Dribblings, seine Technik und seine zwei Vorlagen einfach krank. Auch sein Abseits-Tor heute. Was für eine Weltklasse Technik und dazu noch diese Selbstverständlichkeit. Für mich ist Jamal Musiala aktuell der beste deutsche Spieler. Und ich meine, gönnt euch mal seine Statistik. 22 direkte Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen. Ich denke, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Und deswegen jetzt auch mal die Frage an euch. Traut ihr Musiala eine tragende Rolle bei der WM zu? Schreibt mir gerne mal eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Ansonsten Freunde, macht euch noch einen wunderschönen Abend. Und in dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.